Der sehr witzigen Text fände ich. Soll man etwas heute tun oder soll man es morgen tun? Stefan hat das Lied geschrieben und der Stefan ist eigentlich eher einer der Sachen, die er heute macht. Aber so sind leider nicht alle in der Band und darum hat der Stefan mit diesem Lied ein sehr wichtiges Thema und was auch, glaube ich, erwähnenswert ist, das einzige Tuba-Solo auf der CD. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020